Das ist gar nicht geskippt, das war einfach nur ein Ladebildschirm. Wow, das war ein gutes Wort zum Anfang. Der Riddler? Nein. Und wer ist das da? Das ist ein Haufen Scheiße. Ich räum schon. Und was ist das? Ich finde es sehr gut, dass der Riddler die Hauptperson ist. Wirklich? Ja. Und der Joker spielt nur so eine Nebenrolle. Wo ist der Joker? Das ist kein Loker. Der gibt's gar nicht. Ist der Joker nicht der Riddler? Nein. Oh Gott, das ist ein Joker. Was ist denn nochmal der Joker? Was macht der? Die Joker? Ist dieser Tote da, dieser... Kanacke. Sie kriegt eine Palme. Und er kriegt? Keine Ahnung, was. Er kriegt nichts. Er kriegt Hugh Jackman. Er kriegt er, wie hieß er noch? Der Typ, der ja so alt ist wie die Zeit selbst. Russell Crowe. Ja, klar. Was ist vorhin, Mann? Er kommt noch voll die mega Beschreibung dazu. Nicht überspringen. Mit Ausrufezeichen. Nicht überspringen. Ich hab doch überhaupt nichts übersprungen, Nuttel. Also. Kann man doch gar nicht. Der Riddler erfreut mich. Deine Mutter freut sich. Juhuuu, ich bin Batman. Nein, bist du nicht. Oh. Du bist nur Robin. Du bist ein schwuler Handlager. Ich weiß noch, was ich mache. Du tanzt. Oh ja. Guck mal, die haben keine Propillen für die Robis. Ich muss ihn, glaube ich, erst mal gleich deine Steuerung reinstellen. Guck mal, ich hoffe, ein Penis. Stimmt allerdings. Ja, geht das mal, äh, achso. Kannst du den schlagen? Ja. Okay. Hier sind die Typen, die sind tot. Boah, ich bin ein Genie. Ich hab's am ersten Versuch geschafft. Ja. Bam, bam, bam. Das hat noch nie funktioniert. Irgendwas hab ich eingesammelt, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, was ich eingesammelt hab. Wie, was? Irgendwie eins von fünf. Boah, gibt's hier wieder so gute altmordische Steine und Schatztruhen und nicht so wie die Ja, Jones 2, diese Scheiße da. Ich fand das alte System wesentlich cooler. Kann ich irgendwas machen? Ne. Batman und Robin können einige Orte für... Blah. Oh, Mann, das ist ja freaky. Ey, guck mal, was ich fangen kann. Du kannst da von der Schnur laufen. Ist sie auf Splitscreen? Nein, sie kommen hier wieder her. Oh. Dann müssen wir uns erst mal wieder daran gewöhnen, dass wir jetzt nicht mehr tun können, was wir wollen. Na, da kann man nicht hoch. Los, Robin. Was? Ich will lang. Oh ja. Das ist so eine Schatztruartige-Same. Ja. Da hätten wir in der Wohnung können wir Spezialattacken benutzen. Aha. Kennen wir? Ich hab keinen Plan. Da hinten sind ganz viele. Ne, hier hinten sind aber Kisten. Was sagst du? Hinten ist bestimmt irgendwas. Da ist etwas. Das ist eine Mülltonne oder so. Was ist das? Ich würde mal sagen, das ist gefährlich. Wir müssen doch darüber. Hab ich doch gleich gesagt. Ja, geh mal ruf da. Ja, geh nicht doch. Was machst du da? Können wir uns. Wie schwul du sich darüber hangelst. Guck mal, ich muss das ja noch so stylischer hart, ne? Robin ist ja auch schwul. Ich bin cool. Nein, schwul. Oh nein, der hat mich wirklich gefasst. Ach, und das Seil baut sich auf. Ich will aber auch da unten irgendwie rumpimpen. Ja, muss man doch noch was gehen darf. Was ist das denn? Hä? Hä? Oh Gott, was bist du denn? Das check ich nicht. Oh mein Gott. Moment. Ich und ich darf doch nicht rein. Nein. Ist ja nett. Oh, vor dem Move, Alter. Nein, wie kann ich Bad Bomben legen? Ey, guck mal was ich mache. Guck mal was ich mache. Oh, du bist da richtig hart. Oh ja. Man kann die richtig... Verbrecher zur Rechenschaft ziehen. Man kann die Gegner richtig durch die Gegend shaken. Nein. Aha. Und wie kann ich die Zitz zünden so? Hä? Oh. Ich werde explodieren einfach nach einer Zeit. Danke. Entschuldigung, war voller Absicht. Das sieht so cool aus wie Catwoman. Ich bin Bomben-Batman. Scheiß Bomben, Liga. Wo musst du denn hin? Oh, nicht gut. Hast du es gesehen? Wie jetzt? Jetzt bin ich im Bomben-Auto-Fahrer-Batman. Ich würde... Solltest du nicht runterfahren. Ich würde mal sagen, das ist das schnellste Auto der Welt. Was ist das so für ein Auto? Das schnellste der Welt? Ist das eins von Wayne Enterprises? Das ist ein Bugatti-Berro. Klar. Ich will hier raus, Mann. Danke. Mann, hier müssen wir lernen. Quatsch, Bomben-Batman muss ich jetzt mal hierhin Bomben legen. Und eben diese Mülltonne. Und hierhin. Und da hin. Oh, Mama. Hier, ich kann nur drei Bomben legen? Wie lame. Pass auf. LOL. Ich fang mir hier gerade Geld, damit wir auch echte Batmans werden. Das ist auch noch irgendwas. Ich bin ja nur ein Robin. Oh, was ist das? Der läuft so behindert jetzt. Der, der, der. Wie so ein Spasti. Spasti. Ich glaube, das kannst du nicht kaputt machen. Ja, aber irgendwie muss man die Mülltonne dann irgendwann irgendwie wegbekommen. Mir ist egal. Ach, da können wir runter. Nein. Kann man schwimmen? Ich bezweifle es. Ich will es nicht versuchen. Ich will es versuchen. Ich will es versuchen. Ich will es versuchen. Nein. Ich sehe noch so eine richtig alte Manier so. Das Spiel. Richtig alte Schule, aber. Was laberst du? Aber wenn ich gedrückt lasse, kann ich die zünden? Nein. Ich dachte gerade. Hier kann man richtig gut wieder rauskommen. Finde ich super klasse. Oh Gott, Riddler Kinder. What the fuck? Ja, irgendwie wenn du die Schlägschenk kriegst, steht da irgendwie mal zwei so klein. Hä? Komisch, komisch. Oh Gott, Riddler Kinder. Riddler. Oh Gott, Hubschrauber, Riddler. Wo ist das Bomben, Batman? Ich fäcke euch in den Arsch. Das kann nicht. Das kann nur King Arsch schwecken. Oh, wie ist das? Hast du das gesehen? Das war nicht als Santos. Achtung, Bomben. Hier hinten war nichts mehr? Man konnte da hinten irgendwie hoch, aber ich glaube, das kann man so nicht. Ohne weiteres. Braucht man die Riddler-Fähigkeit. Ja, 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 ja. Bomben explodieren nach einer gewissen Zeit. Ach was. Die erklären das immer wieder. Ach, ich kann sie auch mal nur älteren. Das ging doch. Darum ist ein Zehntausender. Oh, hab ich die weggebettelt. Du kannst auch so Spezialattacken machen, ne? Du kannst so Spezialattacken. Auf Kreis und so. Hast du gerade irgendwas eingesammelt? What the fuck? Ich kann doch einen Bumerang werfen. Ich auch. Oh Gott, das ist das Schmitz, was ich je gesehen habe. Rob. Du kannst einen Robin werfen. Ey, bitte rum rauf. Fliegen. Das hat irgendwas mit diesem Schmatz-Krümel hier zu tun, aber. Kannst du die an, Robin? Die haben immerhin deine Körperfarbe. Nö. Gleich die an, Batman. Batman? Nö. Schade. Zehner! Was ist hier drin? Die sind ganz im Griff, ey. Die müssen wir irgendwie ziehen können oder sonst was. Das sind Tele- Ja, aber... Boah, hast du das gesehen? Das geht hier ab, ey. Oh, wie weit der weg. Hör voll, die Kurve. Was ist denn hier unten? Riddler-Gift. Riddler-Gift. Jetzt sind alle runtergesprungen. Oh Gott. Riddler-Gift. Ey, da hinten hinterm Baum ist irgendwas versteckt. Oder im Baum. Vielleicht auch schon. Ey, Robin hat die übelsten Moves drauf. Ja, du sagst Robin kann. Hier ist die... Das ist ein Robin-Klopf. Ja, jetzt kann Robin ja auch irgendwas. Ich kann auch Bombenwerfen, glaube ich. Nein, ich muss nur telefonieren. Du kannst deinen Anzug... Was kann ich denn jetzt machen? Robin-Technologie-Anzug. Du kannst nur telefonieren. In dem Technik kannst du keine Robin grüne Konsolen verwenden. Haha. Wo ist denn das? Halt die Schnauze, Taliban. Das ist nur so ein Scheiß. Halt die Schnauze, Taliban. Halt die Schnauze, Taliban. Oh mein Gott, sie kämpfen mit... Tja, jetzt kann ich Autoparts. Du bist das Scheiß-Auto. Das... Ja, was meinst du, Brand? Das ist die Marathon-Klopf. Ja, natürlich. Du musst da durchjumpen. Und jetzt? Voll blauen. Eigentlich musst du auf die andere Seite hier und dann irgendwas tun, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall musst du hier rein. Was ist denn das da hinten? Kannst du das anficken? Warte mal. Ach, du musst alle drei andölen. Warten bin ich gerade zu mir dumm gefahren. Das war schwer. Ich werde dich damit umbringen. Irgendwann fliegt das Ding drin in Luft. Hey, du hast dich ja passant. Komm her, du hast dich ja passant. Oh Gott, das ist die Müll in Ruhe. Wie? Achso. Du hässlicher... Hässlicher Bastard. Ja, weil ich kann mit ihm rumlaufen. Stalker-Crushed. Oh, da kann man mich fallen. Stalker-Crushed. Oh nein, ich habe voll ein Deck gebattelt. Wie hässlich der ist. Der sieht aus wie deine Mama. Clayface ist der? Oh nein, es ist ein Clayface. Das war's. Ich habe ein bisschen mehr, aber... Schle Print CHAde. So ist es und einаний ganz Bussschubert. So ist mit einem ostsagen? 0.01. So ist ein Athletiden. Wenn es nicht estuviert ist, ich werde��, ihn um und befestigt bist. Ich habe über den Scheißen Republicans Datatschen. So ist sie brethren. Sperren Body auf platforms.